Wir, 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 wirklich, diese ganzen anstrengenden Selbstverwirklichungsgedanken, die sind einfach weg. Wir haben ja schon einander, ganz für uns. Das ist ja dann schon das verwirklichte ich, im verwirklichten wir. Und wir haben gemerkt, dass wir viel mehr wir selbst sind, wenn wir einfach, wir, sind wir, sind absolut, ich, wirklich. Verzeih mir, aber könnten Sie mich vielleicht vervollständigen?